Seit heute, also dem 1.6.23, gelten bei Netflix neue Regeln und zwar zum Account-Sharing. Ihr dürft eure Accounts nicht mehr mit Leuten teilen, die nicht bei euch zu Hause wohnen. Mal gucken, wie lange diese Regeln noch gelten. Und ich hab ein bisschen was gegen diese Regelung, weil sie einfach die Leute, die technisch nicht so versiert sind, benachteiligt oder abcashed. Weil diese Regelung lässt sich so wunderbar leicht umgehen. Es gibt eine Bazillion Möglichkeiten, das zu umgehen. Und ja, einfach nur aus Demo-Gründen, damit wir hier alle auf einer Ebene sind, zeige ich euch heute eine davon. Bitte nicht nachmachen, das kann tatsächlich zur Sperrung eures Accounts führen. Deswegen, ja, nicht nachmachen, das ist Demo-Zwecke, damit ich euch zeigen kann, wie dumm diese Regelung ist. Und bevor ihr jetzt kommt und sagt, aber Morpheus, ist das vielleicht illegal, was du da zeigst? Nein, es ist nicht. Weil das benutze ich auch, um zum Beispiel Zugriff von außen auf ein NAS-System bei mir zu machen. Das benutze ich, um von außen in ein Firmennetzwerk reinzukommen. Das benutze ich überall. Also nicht nur ich, sondern Firmen oder andere Privatleute. Und ich weiß, dass einige von euch zu Hause das auch benutzen. Wir werden uns heute ein VPN nach Hause einrichten. Denn ja, auch wenn ihr mehr als 31 Tage unterwegs seid, blockt Netflix euer Gerät. Und naja, ein paar Leute sind vielleicht länger als einen Monat im Urlaub, wenn sie, keine Ahnung, Work and Travel machen oder sowas. Naja, gönnt euch. Okay, meine Freunde. Also zuerst einmal, wir brauchen einen Router. Wir machen nämlich folgendes. Wenn wir irgendwo auf der Welt sind, dann erlauben wir, dass wir uns, sagen wir mal, wir sind in Australien, Work and Travel machen. Und wir verbinden uns dann mit unserem Zuhause-Netzwerk, also mit unserem Heimnetzwerk. Und das ist quasi das, wo ihr wirklich euer Netflix standardmäßig stehen habt oder wo ihr eben zu Hause seid. So, wir tunneln uns da rein mit einem VPN. Den müssen wir natürlich erstmal einrichten. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil wir zu Hause normalerweise keine Domain haben. Ich zeige das Ganze hier mit einer Fritzbox. Ihr könnt das mit anderen Routern auch machen. Im 2.2 gibt es aber auch Setups mit einem Raspberry Pi. Die sind aber alle ein bisschen komplizierter. Mit einer Fritzbox ist es am einfachsten, zumindest in meiner Erfahrung gewesen. Also, wir gehen auf fritz.box. Und das ist im Endeffekt die Website unseres Routers, wenn man so möchte. Da können wir Alleinstellungen vornehmen. Und sehen hier, wir müssen uns einloggen. Das Kennwort sollte bei euch auf dem Router draufstehen. Ihr habt es im besten Fall auch irgendwann mal geändert, falls ihr es noch nicht getan habt. Anschließend habt ihr diese Übersicht hier. Und nicht wundern, ich habe die absichtlich ausgeblendet bei mir, damit ihr nicht alle meine Telefonnummern und so weiter sehen könnt, weil ich da eh nicht rangehe. Und ja, dann wollen wir uns hier erstmal tatsächlich einen Account machen. Wir wechseln also auf Internet und anschließend auf MyFritz Konto. Warum? Das werde ich euch gleich noch zeigen, warum wir das brauchen. Anschließend registrieren wir uns genau hier mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Ich glaube, das kriegt ihr allein hin. Wenn ihr das gemacht habt und auch eure E-Mail-Adresse bestätigt habt, dann sollte hier oben eure E-Mail-Adresse stehen. Das habe ich jetzt absichtlich natürlich wieder mal ausgeblendet hier. Und ihre Fritz-Adresse sollte hier unten stehen. Das ist eine Adresse, die mit irgendwas anfängt und anschließend eine Domain beinhaltet. Also da könnte sowas stehen wie xyz.myfritz.net. Und jetzt seht ihr auch schon, warum wir das haben. Lasst mich euch das ganz kurz erklären, was hier passiert ist. Wir haben jetzt einen dynamischen DNS-Server. Einem Domain sozusagen, mit der wir zu Hause immer erreichen können. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man sich das in der Praxis anschaut. Und Fritzbox macht das so einfach. Es gibt aber auch andere Dienstleister, die das machen. Aber es ist halt einfach super komfortabel, wenn man das so machen kann. Ich zeige euch das aber mal, wie das technisch funktioniert. Berühmte Paint Session wieder mal. Ich weiß nicht, wer hat mich noch nicht so viel geguckt. Der kennt das vielleicht noch gar nicht. Aber ich habe Spaß dran. Okay, also das ist euer Zuhause-Setup. Das ist jetzt quasi das, wo eure IP euch definiert. Das kann sowas sein wie 1.2.3.4. Okay, also das sind Zahlen zwischen 0 und 255. Und diese IP-Adresse, das ist in dem Fall jetzt eine IPv4-Adresse, diese IP-Adresse definiert euren Anschluss. Das ist jetzt auch die Adresse, die Netflix benutzt, um zu sagen, aha, das ist also sein Zuhause-Netzwerk. Darüber müssen sich die Geräte mindestens einmal im Monat anmelden, ansonsten ist das halt Account-Sharing oder erst im Urlaub und es ist nicht okay. So, und deswegen muss quasi jedes Gerät mindestens einmal im Monat diese IP-Adresse haben. Jetzt ändert die sich ja aber. Das ist das Problem. Und im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, morgen habt ihr die IP-Adresse 1.2.3.5. Ja, das kann sich jeden Tag oder sogar häufiger ändern. Im Endeffekt, wenn man 20 Sekunden den Stecker rauszieht, kann es gut sein, dass man danach eine neue IP-Adresse hat. Und, äh, das wird für Netflix an sich kein Problem sein, denn die sagen einfach, ach so, ja, du hast hier einen TV und der ist quasi mit diesem Router verbunden. Das ist im Endeffekt euer Router und der wiederum gibt die öffentliche IP-Adresse frei. Das ist immer dasselbe. Das heißt, ihr habt quasi ein Chefgerät, das euch definiert, welche IP-Adresse ihr habt. Und wenn es halt heute die ist und morgen die, dann interessiert das Netflix nicht. Netflix nimmt halt immer die Adresse, wo euer Hauptgerät das letzte Mal wirklich fest verbunden war, außer es war halt in einem öffentlichen Netzwerk oder halt in, ähm, ne, LTE oder sowas, dann zählt das nicht rein. So, das heißt, die feste IP-Adresse nimmt es sich. Es nimmt nicht euren Standort, sondern es nimmt sich einfach die IP-Adresse. Und was wir jetzt sagen ist, hey, wir haben hier ein Smartphone, wir sind im Urlaub, wir tunneln uns da quasi rein in dieses Netzwerk und tun so, als wären wir Teil davon. Dabei sind wir eigentlich nicht wirklich Teil davon. Eigentlich sind wir wo ganz anders. Eigentlich ist das hier Australien und das hier ist irgendwo in Deutschland zum Beispiel. Und, ähm, wir können aber trotzdem erstmal quasi hier reingehen nach Hause und dann weitergehen. So, jetzt ändert sich aber diese IP-Adresse und das macht eben bei Heimnetzwerken das Ganze ein bisschen komplizierter als bei anderen, ähm, oder bei Firmennetzwerken, ne. Wir haben eine ändernde, eine sich ändernde IP-Adresse. Und deswegen brauchen wir DynDNS. DynDNS geht erstmal her und sagt, achso, ja, schau mal hier, der Router verbindet sich mit Fritz. Ich mach jetzt hier einfach mal ein F-Ausrufezeichen hin, das ist Fritzbox. Und sagt, ja, hier, heute habe ich die IP-Adresse 1234. Und dann sagt Fritzbox, aha, das heißt, ähm, für heute gilt XYZ. Ich schreib das hier mal ganz kurz hin. XYZ.myfritz.net gilt heute für die IP-Adresse 1234. Und wenn ihr dann irgendwann eine andere IP-Adresse habt, dann meldet sich der Router wieder, weil ihr seid ja angemeldet, meldet sich wieder bei Fritz oder Fritzbox oder fritz.net und sagt dann, ja, heute habe ich IP-Adresse 1235. Und dann sagt Fritz, aha, das heißt, ich leite heute das alles weiter an XYZ.myfritz.net ist dann quasi IP-Adresse 1235. So, deswegen brauchen wir Dyn-DNS. Und jetzt kann ich hier zu Hause mich, also mich quasi immer über diese Domain verbinden, egal welche IP-Adresse ich habe, egal ob unser Anbieter uns alle paar Minuten eine neue IP-Adresse gibt oder halt auch nicht. Und das wiederum bedeutet, ich kann hier zum Beispiel auch ein NAS stehen haben. Das ist jetzt einfach mal ein, also ein NAS ist zum Beispiel ein Festplattensammelordner, ja, und kann mich dann quasi von Australien nach Hause verbinden über diese, äh, über diese feste Domain. Denn es ändert sich nicht die IP-Adresse, ich muss nicht die IP-Adresse von meinem Zuhause wissen, weil Fritzbox kennt die oder fritz.net kennt die. Und die sagen mir dann quasi, ah, schau mal, heute ist das die IP-Adresse, dann weiß ich, ich kann mich da nach Hause verbinden und kann sagen, okay, jetzt hätte ich ganz gerne Zugriff auf mein NAS. So, so funktioniert das im Endeffekt und dazu brauchen wir eben diese, ähm, diese feste Adresse hier unten. Cool. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir aktuell aber noch keinen Internetzugriff. Und deswegen müssen wir hier einmal ganz kurz auf myFritz Internetzugriff einrichten gehen. Und den Teil habe ich jetzt mal rausgeschnitten, der ganze Prozess dauert einfach. Ihr müsst nur draufklicken und abwarten, bis vor allem hier unten Zertifikat erfolgreich ausgestellt steht. Es muss ein grüner Button hier sein, einfach so, ups, ups, so lange warten, ja, nichts anderes tun, einfach warten, bis das Ding fertig ist. Und dann steht hier im Endeffekt, ähm, Internetzugriff auf Fritzbox über HTTPS aktiviert. Über die folgende Internetadresse können Sie Ihre Fritzbox erreichen. Ich habe das hier bei mir mal abgeändert. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand sich bei mir zu Hause eintründelt, den ich nicht kenne. Wer hätte es gedacht? Ähm, aber, ja, das ist im Endeffekt jetzt eure öffentliche Domain und das hier hinten dran ist euer öffentlicher Port. Das heißt, euer Heimnetzwerk ist jetzt öffentlich erreichbar. Das bedeutet übrigens auch, dass ihr euch drum kümmern müsst, dass alle Updates immer da sind, dass alles einigermaßen sicher ist. Und ich würde euch empfehlen, das auch auszustellen, wenn ihr es halt gerade nicht braucht. Das ist eigentlich nur zur Demonstration hier. Ich stelle das nachher auch wieder aus. Wollte ich nur kurz anmerken, okay? Gut. Aber jetzt haben wir den Internetzugriff aktiviert. Jetzt können wir Benutzer einrichten. Und Benutzer einrichten müssen wir, damit sich eben jemand einloggen kann. Weil, naja, ohne eingeloggt zu sein, kann man ja halt sich dann am Ende nichts anschauen. Beziehungsweise kann man auch nichts benutzen. Ist ja schon sinnvoll. Wir wollen ja nicht, dass irgendein random rein zufällig unsere IP-Adresse findet. Beziehungsweise unsere, also IP-Adresse ist jetzt nicht das Problem, aber unsere Domain findet und dann in unser Heimnetzwerk rein kann. Das wäre unpraktisch. Also, Fritz, Benutzer einrichten. Gut. Was wir jetzt brauchen, ist einen neuen Benutzernamen. Naja, wir klicken hier auf neuer Benutzer. Wir nehmen Benutzername Morpheus, weil ich den immer habe. Und wir nehmen Kennwort A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Benutzt ein sicheres Kennwort. Ich mache das gleich nochmal neu. Das ist nicht der Benutzername und nicht das Kennwort, das ihr haben wollt. Wir haben mal ein Kennwort oder ein Passwortgenerator geschrieben. Ein Kollege, Johannes, kennt ihr vielleicht, Unleashed und ich. Ihr findet den Passwortgenerator hier oben über Johannes Schiel, GitHub.io, Passwortgenerator. Und wir haben den so geschrieben, dass der wirklich nur bei euch im Browser läuft. Ihr könnt hier alle möglichen Sonderzeichen reinpacken. Ich habe den Zufallsgenerator aus dem... Also, der Zufall wird aus einer sicheren Quelle bezogen und es wird jedes Mal ein neues generiert. Also, ihr seht hier, wenn ich hier einfach irgendwas ändere, wird ein neues, zufälliges Passwort generiert. Komplett lokal bei euch. Das könnt ihr benutzen. Bitte nicht A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Gut. Soviel dazu. Ich mache das jetzt mal für mich. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr tatsächlich hier nochmal euch selber quasi anrufen bzw. das bestätigen. Alternativ, ich habe nämlich keinen Telefon bei mir angeschlossen. Wer braucht schon noch ein Telefon heutzutage? Kriegt man hier alle LEDs blinken, drücken sie eine beliebige Taste, damit man quasi weiß, dass wirklich jemand da ist, der das gerade macht und nicht irgendein Fernzugriff das macht. Ist ganz geil. Ich mache das kurz. So, quasi der zweite Faktor. Und jetzt klicken wir hier einfach auf OK. So, und anschließend habt ihr unter System Fritzbox Benutzer die Möglichkeit, die ganzen Accounts zu verwalten. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel euren Morpheus oder euren Hanspeter, der automatisch angelegt wurde, könnt ihr verwenden bzw. verändern, sodass eben der Zugang aus dem Internet erlaubt ist. Ihr könnt hier eine zusätzliche Bestätigung einfordern und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt unseren Morpheus bearbeiten, ich habe jetzt mal auf Bearbeiten geklickt, dann sehen wir hier Benutzerkonto aktiv. Ich kann den jetzt hier verwalten. Zugang aus dem Internet erlaubt ist auch wichtig in dem Fall. Wir wollen allerdings eigentlich keinen Zugang auf die Fritzbox-Einstellung. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Zugang auf Sprachnachrichten, Faxnachrichten, Fritz-App, Phone, Anruflisten. Wir brauchen keinen Zugang auf Smart Home oder auf das NAS. Was wir brauchen ist Zugang auf den VPN. Also ihr könnt euch natürlich auch Zugang auf das NAS geben. Fritzbox hat nochmal ein eigenes NAS. Aber was wir brauchen ist der Zugang auf den VPN. Und ich mache das hier alles mal raus. Das brauchen wir nämlich wirklich alles nicht. Und werde den Benutzer nachher wahrscheinlich auch nochmal umbenennen. Und ja, dann kann derjenige auf den VPN eben in euer Heimnetzwerk reintunneln. Und anschließend werden wir hier gefragt, ob wir die Einstellung für iOS und Android Geräte anschauen wollen. Und das sieht dann so aus. Und hier steht dann im Endeffekt auch dabei, wie ihr das Ganze unter iOS und Android einrichtet. Es ist wirklich, wirklich super simpel. Den Step werde ich wahrscheinlich nicht mal mehr zeigen. Das ist nämlich mittlerweile in jedem modernen Betriebssystem drin. Ihr könnt das einfach hier sagen, ey, bitte VPN hinzufügen. Dann eben genau diese VPN-Daten, die da oben stehen, die ich jetzt hier ausblenden muss, logischerweise, da einfach rein. Und anschließend unter Android genau dasselbe im Endeffekt. So, unter Linux und Mac müsste das genauso gehen, unter Windows eigentlich auch. Also ihr könnt in jedem einzelnen Betriebssystem sowas einstellen. Und wer jetzt von euch das mit dem Fernsehen machen möchte, natürlich, weil ihr vielleicht in Australien euch eine Wohnung gemietet habt und dann zu Hause euer Netflix haben wollt, weil ihr dort so lange Work & Travel macht, I don't know. Ja, das ist natürlich use-case-abhängig, sag ich ja mal. Dann gibt es da natürlich auch Apps oder sogar in den Einstellungen, zum Beispiel bei einem Chromecast gibt es Einstellungen, das ist quasi, Chromecast ist ja quasi ein Android und Android TV ist auch quasi ein Android. Also da geht es genau gleich, wie hier auch, nur eben auf Android. Cool. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. So, ja, so sieht man also, wie überflüssig solche Regelungen sein könnten. Aber was mich halt daran abfuckt, das war wie gesagt jetzt hier nur eine Demo und ihr könnt das Ganze noch für viele, viele andere Dinge benutzen. Beispielsweise ein Nass-Zuhause einrichten und das vielleicht auch von außen verwenden können. Ich muss tatsächlich sagen, mich stört es, dass abgecashed wird, wenn Leute eben nicht so viel technische Erfahrung haben, weil dafür braucht man schon eine gewisse technische Erfahrung und die Leute von Netflix wissen das. Das wissen wir alle, dass die wissen, dass das geht. Aber ich finde es schade, dass sowas irgendwie, ja, dass das immer noch nicht ganz akzeptiert ist. Aber gut, da dürft ihr mir mal gerne eure Meinung schreiben und was ihr dazu meint. Dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.